Leider nur eine Feindmaschine bisher... Leider... Lebanu guckt mal, checkt mal eure hohe 6, ich glaube euch folgt hier. Ja, ich stehe dahinten Kontakt, aber es würde mich freuen, wenn es noch ein Feindmaschine ist. Ja, positiv, Spitfire. Kommt auf uns reingespitzt. Ja, dann gehen wir jetzt die Luftkraft mit rein und mischen uns durch. Oh, hier sind mehrere Jungs, sie kommen richtig viel runtergestürzt. Ja, ist doch gut, ist gut. Also, die Mitte Kanal ist richtig action. Wenn du nördlich Frenchpoint einfach rausgehst, siehst du, ich denke mal so. Ich sehe jetzt, wie von gerade hinter mir war. Und noch mal eine. Oh ja, Tatsache, jetzt kommt sie wirklich an. Schön, das freut mich. Ui, und noch, noch, noch eine. Ja, ja, hier ist einige gerade. Also, eine war es mir jetzt zu viel, aber ich bin heil. Ich mach mal schnell die Schwierigkeit. Bist du noch tief heil? Wahrscheinlich, ne? Oh, da unten ist eine. Oh, fertig. So, jetzt kann ich die Spitfire angreifen. Das ist bei dir immer so schnell. Ja, ja, logisch. Falschbare. Bin Profi. Falschbare. Achtung, 109 kriegt 6. Seh ich auch, ja. Ich fäng mich dahinter. Auf Deck, jetzt Richtung Frankreich fliegen. Oh, fuck, genau. Wer schießt jetzt, kriegt 6, falls jemand von uns ist. Ist frei. Ne, Quatsch. Stimmt nicht, Entschuldigung. Jetzt frei. Komm mal ran. drauf weiße fahne jawohl und trudelt steuerung weg abschluss ein schlag hier ist ja alles voll ich weiß gar nicht was ich zuerst machen soll wir haben aber auch krasse umgekehrt rein ja kaum lang jaja krasse überlegenheit gerade mit den ganzen geschwadern die blaue seite haben da ist noch eine maschine anscheinend über marquis da ist tief flack verdammt gerade gestartet da aller aller tiefst flack da ist eine speedy und eine 109 marquis sieht keine flack noch eine 109, 209, eine speedy ist ungefähr fall auf 5 stützt gerade wieder ist nördlich marquis oder zwischen marquis und der kiste die sind letztlich für uns wie sand also über den klippen tief sind einige noch die ich sehe speedy geht gerade vertikal die ist vielleicht zwei kilometer südlich der küste hängt sich jetzt natürlich an mich an weil ich da mit der niedrigsten energie bin naja ach gut irgend so ein suizidpilot ne gut ziehe ich ihn mal ja ich sehe dich da rein wir kommen aus richtung der westlichen wasserkühler geschrottet die ganzen 109er sind wieder mal zu blöd hee da waren 209er haben die anscheinend beide aus den augen verloren hee naja da hängt keiner mehr hinter von denen das ist jetzt in der rolf ne ja ja sie sind mal wieder richtung marquis ungefähr naja du fliegst gerade von mir weg also wenn du noch quasi soll ich über lisa gehen über rolf wenn dann ja ich gehe ja über rolf ja ja aber noch der korra bau wie gesagt du hast dich noch jetzt bist du frei fliegt weg na komm her mein brauner kollege naja das ist jetzt nicht so ekelhaft an von dem bald dass er das sagt ohja aber er macht's richtig naja der hat schon sprit auch ihn gar nicht treffen die muss nur die spritfahrende mit phosphor treffen alter dann geht der in flammenhaus das ist wie das feuer einholt ey das wäre so geil das ist ja wasserkühler nicht sprit ne ne der hat sprit da ist gerade jemand in den boden also das ist so dünnig wird fast sein das sprit tatsächlich das ist kühler ja du hast da riesen gangbang voraus oha alter was das ist da bin ich drin wahrscheinlich dann warte ich ja noch nie zwei speedys plus die mit äh ne 3 speedys plus die die wir gerade hier verfolgen du bist gerade dahinter oder? wow ja ich bin gerade dahinter aber ich such mal eine andere ja mega viel los im moment ey das ist echt heftig ich habe auch hier keinen überblick du kannst eigentlich nur mit energie fliegen hoppla ich pass euch meine wörter manchmal auch die bezogung kaff provides oh 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 kassner scheiß hier oiaiaiaiaiai ähm ich habe hier eine speedy mit energie die gerade über den klippen rolf geht also leichte rolf Harlow ist ungefähr 15 von der Speed Über den Klippen liegt keine 109 den Arsch voll Was ist hier los an den Klippen? Ich kann mich nicht mal wegziehen und Höhe machen Vorsicht die Speed die kommt jetzt in den Luftkampf da bei den Klippen rein Wahnsinn was da an Maschinen herum Du bist drückt gell Ja Wahnsinn Ich weiß gar nicht wen ich hier angehen soll Überfordert bin ich hier gerade ein wenig Das sind tolle Luftkämpfe echt Wahnsinn Man findet keine Worte mehr außer Wahnsinn Komm vor der Burn halt Schon wieder Wiener auf Maki 6 Ja jetzt noch immer bei den Klippen knapp über Wasser raus Ein ganzer Haufen Maschinen Ich werde gerade selber beschossen Oh ja ich hab 6 Speed die voll Oh ja folgt mir Ja ich würde dir gerne helfen Ich weiß aber nicht wer man hier fügt Ja ich zieh sie mal Der hat glaube ich nicht die Energie um ihn nachzuziehen Bist du jetzt direkt gerade der trockene Fuß? Ja gerade trockene Fuß ist in der Rollstuhl Ich komme leider dummerweise Head on Ja ja die hat aber keinen Die folgt mir nicht jetzt aber schon Du hast aber mehrere da ist doch einer hinter dir Ne 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 Dann ist gut Das bin nicht ich dann Ich wurde gerade frei geboxt Jetzt bist du definitiv frei ja Ja da ist noch eine Speed die gerade Einen trockenen Fußes hier bei den Klippen gegangen ist Oh die geht vertical Geht gerade mal Lisa Ah man wieso schieße ich da vorbei Der hat so gut gesessen eigentlich Das ärgert mich Speed die Taufe Kim Oh da steigt mir doch was entgegen Bin wieder an den Klippen Geht gerade wieder 6 Oh Doppel 6 Haha Du mit 20 anderen Wahnsinn die Ausführung An Maschinen herumgegurkt Ja war geil Macht gerade richtig Spaß Ja ja die haben Angst vor uns jetzt Ich bin auch schon erstaunt wie lange ich überlebe Wahrscheinlich kriege ich jetzt eh die Hucke voll Aber ist mir jetzt so egal Fähig schon das dritte Mal drüge startet Was ist hier nur los? Und es wird und wird nicht weniger ne? Komm jetzt auch wieder dazu Letztes Bier, letzter Flug Oder letzte Runde Boah ich glaube ich schlitte die Karte bislometr Besonders Doch ich glaube ich fliege die Karte bis zum Schluss Jetzt wird der Luftkampf aber, weil ich das Gefühl, immer höher, ne? Ne. Oh, fuck. Ich habe Speedy gerade Head-On draufgegeben, ich glaube, der hat direkt einen Motor-Treffer. Das ist immer noch die Wasser-Kühler-Spit-Leben. Ich sehe gerade eine Spit-Off-Deck, direkt die Klippen entlang. Aber ich habe Wasser Richtung Frenchpoint. Ja, 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 ich bin dran. Ah, ja, der habe ich von Tal draufgegeben, aber dass die nur folgen kann. Boah, das sind 309er dahinter. Viele Treffer drauf, ich bin durch erst mal. Und sie ist Horido, Abschuss, bist gerettet. Zieh dich zurück, komm neu. Ja, ja, Motor. Neue Maschine. Ach, scheiße, springen ab, was soll der Geiz? Das deutsche Reich ist. Reich. Da ist noch nicht mal Luftkampf hier nördlich, da klicken wir jetzt paar Kilometer raus, fünf Kilometer raus. Ach, das macht ja richtig Spaß. Aus für mich ein offizieller Geschwaderflug heute. Ja. Geiler. Lieber, schneller, härter, Balthasar, richtig. Wo ist denn das her? Das habe ich mir gerade rausgedacht. Boah, du bist ja ein richtig krasser Künstler. Ich dachte, das wäre zu abgespielt von irgendwo. Ich dachte gerade echt, das wäre so ein Soundeinspiel. Ich bin schon dreimal gestorben, Alter. Ich nehme das einfach mit, Silvester, und lass das die ganze Zeit laufen. Da ist noch eine Speedy mit hoher Energie hier, ganz vor der Küste. Oder kommen wieder neue Maschinen reingestützt? Ja. Das sind neue Speedy's, fünf Kilometer auf Wasser hinaus, die kommen gerade aus Hallow, 15, 20. Also ich bin immer noch im Luftkampf, ich habe kein IC2 irgendwie rausgekommen, ey, das ist Wahnsinn. Da war es überhaupt noch Munition? Äh, ja. Ihr seid immer noch bei Dover, oder wo seid ihr? Ne, nördlich, französisch, 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 französisch. Gut, ich war sparsam bisher und bin auch nicht so oft zum Schuss gekommen. Ich bin der Hoffnung, ich habe ja oft selbst kassieren müssen, aber ich bin noch völlig heiler. Ich verhüte. Oh, er geht vertikal. Und, oh, da sehe ich die hohe Funkerei gemeldet. Ah, jetzt bin ich gar nicht. Da sind mehrere hoch, aber das ist nicht nur ein Ergebnis. Das waren sie bis jetzt zwei. Gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh, 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 oh. Ich brenne. Oh, mein Höhenruder, ich muss abspringen. Nein, nein. Hauptsache, der Fallschirm ist aufgegangen. Im letzten Moment. Oh, da ist ein Lemming-Train gerade am Laufen hier. Richtung der Französischen Küste. Ja, ich sehe ihn. Wir haben jetzt von oben reingestürzt. Wahnsinn, was hier los ist. Gleich nochmal.